Der Hund und der Wolf – eine Fabel von Aesop Es war einmal ein Wolf, der nach Essen suchte. Eines Tages traf er auf einen hübschen und gut gepflegten Hund, der spazieren ging. Der Hund sagte, Hallo, Cousin Wolf. Wie wäre es, einen Wohnort wie meinen zu finden? Dort hättest du jeden Tag Essen. Der Wolf antwortete, ich würde sehr gerne einen Ort zum Wohnen und täglich Essen haben. Komm mit mir, sagte der Hund. Mein Besitzer wird sich auch um dich kümmern. Während sie gemeinsam zur Stadt gingen, bemerkte der Wolf, dass dem Hund am Halsfell fehlte. Was ist hier passiert, fragte er. Das ist, wo das Heizband sitzt, wenn sie mich anbinden. Am Anfang ist es komisch, aber man gewöhnt sich daran, sagte der kleine Hund schüchtern. Als er das hörte, verabschiedete sich der Wolf und sagte, Ich ziehe es vor, frei zu sein und auf meine Art zu leben, anstatt alles einfach und ohne Freiheit zu haben. Das ist, wo wir uns gemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020